Zu spät! Ich habe es eher gesagt, wie du geschlachtet hast. Oh, schaut mich an, ich vergesse nichts, ich weiß alles. Nein, Geschmarr, ey. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, dass ich das gemacht habe. Und wieder ein Rätsel, was nie gelöst werden wird. Naja, vielleicht nicht. Vielleicht später. Wenn ich dann wieder mal irgendwann dahin muss. Und ich es dann wieder vergessen habe, oder wieder irgendwann sein lassen. No, das macht mir hier Kleinholz. Habt ihr gerade die Kanone angegriffen? Was ist mit euch los? Was ist das schon wieder? Dann wirst du nochmal mit Honkai Starrail weitermachen? Wenn ich Lust drauf habe wieder. Oder vielleicht, oder bevor der neue Patch dann kommt mit dem neuen Welt irgendwann vielleicht. Wenn man zu verpflanzen und man den Rallenschwebenden Kristallblumen wird sich für eine bestimmte Zeit drehen. Energie eines, okay. Xenochromatischen Ping, Poing, Poing, im Oktopus beeinflusst wird. Was soll man auch wieder bald erscheinen? Achso, das war das? Oder halt sowas. Gibt es hier so einen blöden Ding? Oh, hier. Schaut aus wie so Eis, schon. Brute Eis, schon. Ääh. Äh... Ja, fuck, ja, ich wusste, ich hab was vergessen. Hä, warum ist das immer noch da? Nochmal? Oh, jetzt schießen die scheiß Kanonen auf mich. Was ist jetzt los? Oh, da gibt's drei, deswegen ist die Plattform aufzutreten. Okay. Alter. Wie schreitst du dich? Das sind voll fies mit den Explosionen. Alter, wie hat mich das jetzt getroffen? Alter, ich hab mich fallen lassen. Schnell weg. Oh, da hat das Scheißding die Kante vor dem einen Teil getroffen. Äh, hallo? Ähm. Da ist noch eins. Nein, da sind zwei. Und fertig, oder? Yes. Geselligter Hydro-Angriff. Hä, haben wir was? Geselligter Hydro-Angriff für mich. Jetzt weiß man auf jeden Fall auch, was die scheiß Kanonen sind. Ah, jetzt ist er nicht gesprungen. Scheiße. Hm. Bisschen Heilung verschaffen. Ei, 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 ei. Achso, ja, wir können mal schauen, was haben wir da an Hydros. Alter. Das war halt nix. Oder geht's unter rein? Äh. Äh. Bewegliche Vorrichtung. Federventil. Oh, das ist einfach. Ventil das zum Betrieb an der Kristall-Empfänger-Knob, wenn du möchtest, obwohl das nicht der umständliche Entwurf, die beabsichtigt verwendet werden, blablabla Okay Okay, dann geht es wieder zu Die Musik hat irgendwie einen Final Fantasy-Vipe Okay, die hier jetzt nicht mehr Ja, ihr habt es kaputt gemacht, gut gemacht Oh, ich habe das Ding nicht mehr Aber Hauptsache die Hilfs kommen in jede scheiß Ecke Ich hasse Decken zu beziehen, ich kann es einfach nicht Das ist eigentlich nicht mal schwer Wo zum fucking, das hier eben durchgekommen ist, wo die Sonderbahn-Kleine-Vorrichtung dort vorne schon aktiviert Sicher eine brennende Feuerstelle Irgendwurde hier ein Feuer entzündet Steinplatte geschrieben steht Dieser Ort ist der Orthand Orthand der Erinnerung, die Halle der Erinnerung, die Kammer der Erinnerung Augenblick geboren, aufwidersprüche ich ewig Ruhe bei dir, immer vereint Selbst das Feuer kann mir nichts anhaben Das ist ein Rätsel und die Lösung lautet Feuer, dass es in der Nähe eine Feuerstelle gibt Ist ein Wort, das in dem Rätsel vorkommt, wohl kaum Stimmt, also wann können wir der Meinung nach die Lösung sein Was Schatten Ach ja, der Schatten, er kann von Feuer nicht verbrannt werden und er begleitet ein Leben lang Das Rätsel ist zwar kennen, wenn mir bereits von anderen gelöst wurde Gute Frage Das ist ja was zur Hölle Das schaut cool aus Oh shit ey, ich glaube für sowas ist es gerade zu spät Mann Und da finden wir an, ich wollte eigentlich die Anefakte eintauschen Das machen wir jetzt, das ist mir jetzt wurscht Wo ist die scheiß Stadt eigentlich, achso da Damit ich endlich heute Platz für meine Dinger kriege So wie ging der scheiß nochmal so Man kann jetzt alle eintauschen Okay Aber ich kann nur goldene eintauschen Ich weiß gar nicht, welche ich davon brauchen kann Ich benutze die Raiden momentan viel, da waren die gut Verteidigung Das heißt, die wird der Verteidigung unten Ne, Geo Hä Ach, lass mich raten, wenn einmal Verteidigung drin ist Ach, lass mich raten, wenn einmal Verteidigung drin ist Ah, so Alter, ich hab echt viele Arschlochdinge Ja gut, ich geh jetzt nicht alle durch Das machen wir jetzt noch einmal Verteidigung ist so ein Arschloch wert, ey Oh, LP Dann bist gleich, Navi Verteidigung Ich heiß, das ist scheiße Ich behalte es trotzdem mal Okay Aber jetzt muss man trotzdem Ich weiß ja gar nicht, was für Artefakte, das er alles gehabt hat Oh ja, das war kacke, das Artefakt Ich hab die nie mehr getauscht Ach so, ja, warte, ich muss eh bloß ausfüllen Wo war sie nie? Da Natürlich hab ich keins mit Elektro Aufladerade Das ist eigentlich, das ist eigentlich auch nicht gut Verstärken wir das mal Da will man auch die Kleinen mal wegbringen Also warte, ich nehme auch mit auf, ne? Ja, das passiert jetzt halt Naja, kaum Angriff dazu, dann ist das eh schon wieder mehr Das ist nur mein Fernseher, der da warm geworden ist K.A.T. kriegerische Schaden Das ist besser, da ist Aufladerade dabei Oh, K.T. ist hochgegangen Ich hab da schon lange nicht mehr irgendwie was investiert Dass die mal bessere Artefakte kriegt Ich war irgendwann halt einfach zufrieden Ich müsste auch das Fischen irgendwann machen, aber Sei mir ehrlich, ich werd's nie machen Aufladerade auf 11% Auch sehr gut Aber dann kann ich wenigstens mal wieder ein paar Artefakte mitnehmen Hopp Yeah, K.T. auf 10, Alter Warum passiert das jetzt halt und nicht schon früher Und, jetzt kritischer Schaden noch hoch Und ich bin glücklich Nochmal, K.T.? Wow Okay Was haben wir hier? Nur kritischer Schaden Wir hätten da ein paar Ersatzkunden Da ist Aufladerade halt dabei Die ist halt bei den anderen nicht dabei Das ist nicht alles geil Wieviel hatte ich eigentlich bei ihr mit? 52 und 91 nur Alter, das ist echt wenig, Mann Hab ich mit der Furina nicht sogar? 80 und 78 Neben dem Ding war's, glaub ich Mit dem hab ich 101 zu 135 So, aber jetzt können wir nächstes Mal wieder ein paar Dinger sammeln Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Cool So, was müssen wir mal jetzt halt? Was ist denn hier los? Ich glaub, wir machen jetzt mal eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter Bis gleich Ah, da war das Hö, der ist ja nicht mal hier Ich bin immer eher Ich geh immer auf kritische Trefferrate Anstatt auf kritischer Schaden Geh mal da hoch Ja, scheiß Schmetterling Alter, was ist denn da los? Nee, das andere ist unten Ja, das ist das für den Zaun 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 Hm Hinten Mund, du Idiot Ich verabscheue dich Tun uns los Die Objekte verdienst Nicht anders, als zu Verrotten Und zwei Personen streiten Das haben wir keine Ahnung, was hier vor sich geht Die gütige Hilfe mir bitte. Seid ihr zwar hier, um euch als Forschungsassistenten zu bewerben? Entschuldigt, ich bin gerade beschäftigt. Wir wollen uns nur ein wenig umsehen. Umsehen? Na klar, seid willkommen. Darüber jetzt keine Sorgen, warum bist du denn in einem Käfig eingesperrt? Ein paar Differenzen mit meinem Forschungspartner Coutreau. Ich habe mich hier reingesteckt, damit ich mich beruhige. Ach ja, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ihr könnt mich Cousel nennen. Die Cousel von Cousel-Urwerkwerkstatt. Vor dir siehst du Paimon und das ist sowas. Kält er sich in dem Stratt gerade so wütend angehört? Also dein Forschungspartner? Wie wärs mit deinem Partnerwechsel? Genau, ein guter Partner sollte wie Paimon sein. So etwas kann vor Glück reden, dass er Paimon hat. Soll ich mich rauszulassen? Wenn die Energiespeicher hier aktiviert, müsste sich die Tür öffnen lassen. Die letzte Person, die als Forschungassistent bewerben wollte, ist auch gleich wieder abgehauen, weil sie ihr ein explosives Gemüt nicht ausgehalten hat. Lass das sein. Jetzt sind sie nur noch wie wir hier. Die eben. Ähm. Ach so. Tee-Partys sind ein guter Wettbewerb für die guter Wettbewerb. Wenn du die richtige Etikette überlebt würdest, würde ich dir lieblich lernen. Ziemlich einfach, aber wenn ihm eingesperrt ist, kann man sich natürlich nicht aus seiner Kraft befreien. Bist du doch schon auf, warum kommst du denn nicht raus? Eigentlich gibt es doch noch eine Sache, die nicht so leicht zu erklären ist. Wenn ich jetzt aus dem Käfig steige, fürchte ich, wird er eine Explosion geben. Explosion? Ja, wie ich schon sagte, mein Forschungspartner hat ein explosives Gemüt, ein spezielles Auslöseapparat unter dem Käfig installiert. Wie bitte und was sollen wir jetzt machen? Dich ein anderes schweres Objekt ersetzen? Normales Wettbewerb nicht funktionieren. Das zugrunde liegende Prinzip ist sehr kompliziert. Lieber Herr Sonsoras, wenn du kurz auf meiner Stadt meinen Käfig warten kannst, dann könnte ich meinen speziellen Auslöseapparat entschärfen. Ich bin schon seit vielen Jahren Forschungspartner. Ich weiß ziemlich genau, was in ihm vorgeht. Das kommt mir verdächtig vor. So, bitte vertraue mir in dem kurz meinen Platz sein. Ich werde den Auslöseapparat schnell entschärfen und sofort zurückkommen. Fontaine, oder habt ihr schon einmal den Namen Herr Ramon oder Herr Bozo gehört? Ich habe früher unter ihnen gearbeitet. Dieses technische Problem ist nicht kompliziert, es wird nicht lange dauern. Ein kurzer Augenblick. Na gut, beeil dich aber. Tauscht du mit Cuisel die Plätze? Ist die Tür wieder zugegangen? Vielleicht hat ein Fehler funktioniert? Ich schau mir das mal an. Ich habe ein ungütes Gefühl. Schnell darum. Die Station Auslöseapparat zu entschärfen. Wir sind jetzt nicht hier. Ich muss für einen Moment verschwinden. Warte kurz. Ich muss gut durchwarten. Ihr wartet eine Weile. Warum ist das schon so lange weg? Soll etwas Unvorhergessiges passiert sein? Soll ein Forschungspartner hier sein? Vielleicht wird er in einen Käfig gesperrt? Ah! Ich habe mich immer gefragt, ob man Guthersigkeit wirklich als erstrebensweite Eigenschaft bezeichnen kann. Wenn jemand immer nur gutherzig ist, nehmen wir vor seine Guthersigkeit. Hä? Wer spricht da? Es gibt überhaupt keine Auslöseapparat, der eine Explosion auslösen würde. Aber die Käfig ist tatsächlich abgeschlossen. Mal dir tun. Weiter warten oder etwas unternehmen? Der Kerl. Und irgendwie klingt seine Stimme ein bisschen wie die von Cuisel. Ich habe eine Person mit der er vorhin gestritten hat. Was geht hier vor? Wir sollten zuerst überlegen, wie ich hier rauskomme. Klar, ob er den Käfig einsperrt. Es hängt alles an die Palmen. Rett er mich. Ui, wie kommt er denn in der Zukunft? Wenn ich mit dir den Käfig eingesperrt habe, die Tür sollte sich doch genauso öffnen lassen, wie gerade eben. Lass es Palmen einfach probieren. Genauer anschauen. Hier gibt es zwei Stationen und zwei Energiespeicher. Wenn Palmen den Energiespeicher neben der Tür aktiviert kann, soll die Tür aufgehen. Stationen neben dem Käfig. Lass Palmen schauen. Aktivieren den Energiespeicher neben dem Käfig. Lass uns ihm folgen. Vielleicht findet er was raus. Lass uns ihm folgen. Lass uns ihm folgen, vielleicht findet er was raus. Was für ein Wichser, Alter. Warum hat er mich da eingesperrt? Ich habe sogar keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Alter. Was ist denn da schon wieder los? Lass mich gerade in der Idiot ist da unten jetzt eingesperrt. Das ist von ihnen so groß, aber wie an Uhrwerkwerkstatt sieht das überhaupt nicht aus. Wie seltsam. Oh. Ich habe nicht mehr gewusst, ob ich das machen soll. Kann zum Aktivieren und Durchgang geöffnet werden. Okay. Glaubst du? Da unten ist was drin. Ist das der Roboter, der wurde mich gestritten da? Ah ne, da ist das Ventil drin. Kann die Station aktivieren und durchgehen geöffnet werden. Ah ok, da fehlt das Rad. Was ist denn Leidung? Hier tritt Gas aus. Ja schon. Ah ok, so komme ich dann wieder hoch. Jetzt weiß ich auch wofür die Kanister sind. Ähm, nein du sollst nicht den scheiß Kanister nehmen. Ach so, da wäre das gewesen für das andere oder was? Wächer? Scheinbarum war da noch ein Rad irgendwie. Oh, da war noch eins. Huh? Oh. Achso, der Aufzug hat sich geöffnet. Der Kellispaar, man glaubt nicht, dass er etwas Gutes im Schilde führt. Einfach weitergehen, wenn wir ihn bestimmt erwischen. Schauen wir mal, ob er dort vorne ist. Vor allem, was zur Hölle sind wir hier? Jetzt für die Dinge erscheinen keinen Weg daran vorbeizuführen. Achso, man kann bewegen. Was bewegt sich jetzt eigentlich? Ah, das hat sich bewegt. Ah. Huh? 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 Ich kann doch das noch nehmen. Oh, jetzt dreht sich in die andere Richtung. Leck mich. Huh? 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 Ich hab's mir gedacht, ey. Tut mir leid, dass ich nicht so schnell war. boll! Ha, 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 ha.